Nur die Strecke Aldis-Kürtli-Escher-Wiesplatz. Zwischen Escher-Wiesplatz und Frankenthal kommen Autobusse zum Einsatz. Es ist jedoch mit Wartezeiten zu rechnen. Den Fahrgästen von und nach Meierhoffplatz empfehlen wir die Buslinie 640, den Fahrgästen von und nach Frankenthal die Buslinie 80 über Züftenwies zu benutzen. Ihr wisst ja noch Verständnis. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020